assalamu alaikum leute heute ich bin gerade hier mit sehr zwei wichtige personen sondern anissa und mormitt ich freue mich sehr viel die sommerferien was macht sie hier hallo was soll das was macht sie überhaupt was machst du so ich will nicht meine ferien mit dir verbringen okay ich will mit meiner freundin die musste vollster arsch bin im mädchenstuhl bitte nicht wir wollen doch eh nur im wald gehen oder sowas alles hast ein problem bruder mohanger wurmer das ist gesund für deinen hals in deiner hand und stecke deinen mund bruder als gesund für deinen hals was machen sachen bruder du hast mich noch nicht mal probiert an monaco ok probier doch einmal einmal können wir bitte nicht das essen bei mcdonald's sogar haram moment also ja ey wir können noch alles machen wir können wir mal gerne schokolade was hast du alles zu essen überhaupt noch genommen weil ich hab extra marshmallow von albanien kammer man hallo ich hab doch gesagt gar marshmallow lecker mehr schokolade der markt das schon das ist doch eh alles wir sind albaner wir müssen zusammenhalten wir sind familie hat wer hat bock ein bisschen mohanger bock oder sowas ich bin der fortnite ich geh ein bisschen im haze mit deinem sein will ich eh nicht mehr bleiben warum bleiben wir nicht wie familie man ich bin doch eine arme opa was ist das überhaupt eine kapsel oder irgendwas was machen es hat denn eine welt raum imagicago geh weg geh weg geh weg geh weg ich muss na een va ist dan cool in Ich bin aus Feuer, ich bin aus Feuer.